Er nannte sie Krokette, für sich intern quasi. Denn natürlich sprach er mit niemandem darüber, erzählte keinem, dass die Krokette heute Vormittag ein schwarzes Spitzenmieder mit festgezotter Schnürung unter dem Morgenmantel getragen hatte. Krokette lebte in Babelsberg, in einem dieser geduckten, pastellfarben verputzten Häuschen, in einer Straße, wo er überdurchschnittlich viele Kartoffelprodukte verkaufte. Die Kühltruhen im Weberfuttel mussten quasi überquellen von Pommes mit geriffeltem Schnitt, Herzogenkartoffeln, Gnocchi und Reibekuchen. Die Kartoffelgiegenden waren immer unkompliziert und Krokette war von den Babelsbergerinnen die allerunkomplizierteste. Das einzige, was sich bei ihr schwer knacken ließ, waren die seltsamen Verschlüsse ihrer Dessous. Heute Morgen hatte er geschlagene 10 Minuten gebraucht, das Mieder zu lösen. Zeit, die er eigentlich nicht hatte. Die Tour war eng gesteckt, er musste Umsatz machen, sonst war die Firma sauer und steckte womöglich einen anderen Fahrer vorbei. Aber bei Krokette investierte er schon mal seine ihm zustehende halbstündige Mittagspause. Essen konnte er schließlich auch während der Fahrt. Früher hatte seine Frau ihm Stullen geschmiert. Heute kaufte er was am Kiosk. »Schön war's«, sagte Krokette, richtete sich auf den Küchentisch auf und band den Morgenmantel zu. »Und dann brauche ich noch?« »Lass mich raten«, unterbrach er sie und legte seinen Finger auf ihre Lippen. »Hm, die Zanderfilets?« Sie nickte. »Hast du letztes Mal schon vorbestellt? Zart, saftig und mit viel weißem Fleisch?« Sie nickte wieder. »Sollst du haben«, sagte er und ging nach draußen zum Wagen, den er mit aktiviertem Warmblinker halb auf dem Bürgersteig, halb auf dem Korbsteinpflaster geparkt hatte. Er wusste, das Schubfach, in dem der Zander lag, klemmte furchtbar. Jedes Mal, wenn er da ran musste, bekam er verdammt kalte Finger. Er rüttelte am Griff, zweimal nach links und dann in heftiger Ruck nach vorn. So ließ sich das Scheißding öffnen, meistens jedenfalls. Heute klappte es immerhin beim dritten Versuch. Als er die Bestellungen beisammen hatte und die Ware ins Haus schleppte, war Krokette bereits angezogen, trug Jeans und T-Shirt, notierte den nächsten Termin auf ihrem Familienplaner und bezahlte die Tiefkühlware mit der Kundenkarte. Untertitelung des ZDF, 2020 Schwieriger war es mit Krok Madame, deren Villa am Heiligen See in Sichtweite der Anwesen von Günter Jauch und Wolfgang Job stand. Da durfte er gar nicht direkt vor dem Haus parken, sondern musste dreiecken entfernt stehen bleiben und darauf achten, dass niemand ihn beobachtete, wenn er, wie verabredet, zweimal klingelte. Zudem wünschte sie, dass er einen Anorak über der türkisfarbenen Frostmann-Uniform trug, aus Diskretionsgründen. Einmal war es passiert, da hatte sie ihn bereits aufgemacht, als eine Nachbarin auf dem Fahrrad vorbeikam und hinüberschaute. Also hatte Krok Madame ganz laut geschrien, nein, bitte belästigen Sie mich nicht, ich kaufe keine Fertiggerichte, bei mir gibt es alles frisch vom Ökobauern und ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. Heute Nachmittag ging es gut. Krok Madame ließ ihn ins Foyer schlüpfen, diktierte die Bestellung und knöpfte währenddessen schon mal ihre weiße Bluse auf. Sobald man erstmal drin war, machte sie keine Umstände. Jedoch gab sie sich dermaßen unterkühlt, dass sie es mit seinem Waren-Sortiment locker aufnehmen konnte. Glücklich geschieden, das wusste er über das Privatleben seiner Kundin. Designermöbel, ein Esstisch für 14 Personen und sie lud sich auch gern Leute ein, gaukelte ihnen vor, alles selbst gekocht zu haben, doch in Wirklichkeit servierte sie das Angebot aus seinem fix- und fertig-Sonderkatalog rauf und drunter. Mediterranen Pasta-Pfanne, die französischen Käsesoufflés. Die Super-Sushi-Box. Bislang hatte sich keine ihrer Gäste beschwert. Entweder weil sie nicht bemerkt hatten, dass sie Fertigkost vorgesetzt bekamen, oder weil sie es bemerkten, aber nicht zugeben wollten, den immer gleichen Geschmack der Romanesco-Tarte erkannt zu haben. Natürlich trieben sie es nicht auf dem Esstisch, denn der war aus Glas. Krok Madame, die ja immer noch siezte, was auch seinen Reiz hatte, bevorzugte die Polsterlandschaft im Kaminzimmer, auf der stets eine langhaarige Katze herumlungerte, die ihnen mit unbeeindruckter Miene zusah. »Und, wen haben Sie heute zu Gast?«, fragte er anschließend. »Meine Doppelkopfrunde«, sagte sie. »Ich kredenze Belitzer Spargel und Havelzander.« »Schon wieder Zander«, dachte er, sagte aber, »habe ich auch dabei. Auch Spargelsüppchen, extra cremig, fünf Minuten in die Mikrowelle und fertig.« »Fast so schnell wie Sie«, Krok Madame scherzte selten, »und wenn, dann ging es immer auf seine Kosten.« »Pfff, eingebildete Person!« Er lief die knapp 100 Meter zum Wagen. Gemüse und Beilagen hatte er schnell gefunden. Dann wieder dieses verfluchte Schubfach. Zweimal links geruckelt und dann gezogen. »Nichts«, das Ding klemmte. Normalerweise öffnete er die Lade selten, deswegen hatte er bislang nichts unternommen. Doch im Mai und Juni wurden besonders viel Zander gegessen. Hier in Potsdam war das schon fast inflationär. Spargel aus Brandenburg, der angeblich der beste der Welt sein soll, und Zander aus heimischen Gewässern. Nun, sein Spargel kam aus Polen und stammte wahrscheinlich vom letzten Jahr. Und der Zander war eigentlich Kasache, wenn er überhaupt ein Zander war. Die Frostmann AG hatte ein eindeutig definiertes Geschäftsmodell. Möglichst billig einkaufen, möglichst schickes Fooddesign in die Kataloge drucken, möglichst genügend Deppen wie ihn finden, die mit maroden Kleinlastern das Zeug dann durch die Gegend fahren und an die Haustüren schleppen, für eine jämmerliche Provision. Wirklich, wenn es ihm ums Geld ginge, hätte er den völlig falschen Job. Beim nächsten Versuch rüttelte er dreimal und stemmte zusätzlich beim Rückwärtsruck den Fuß gegen die Karosserie. Doch das Schubfach blieb zu. Er fluchte. Probierte er es nochmal, blieb mit der Hand am frostigen Metall hängen, riss sich eine Wunde in den Mittelfinger. Also so ging das nicht weiter. Da musste er heute nach Feierabend mal ran, sich eine Lösung für das Problem überlegen. Es war erst Ende April, die Zander-Saison gerade erst gestartet. Wenn er jeden Tag so viel Zeit mit dieser elenden Schublade zubrachte, gab das echt Probleme mit der Abrechnung. Die Firma würde eine Reparatur womöglich bezahlen, ihm sogar einen Ersatzwagen stellen. Aber das war in seinem speziellen Fall undenkbar. Nein, er musste sich selbst darum kümmern. Links ruckeln, ziehen mit ganzer Kraft, das Ding sprang auf. Er holte den Zander heraus, schob den restlichen Inhalt, der etwas sperrig war, wieder zurück und machte die Lade zu. Croc Madame wartete bereits nervös hinter der Mahagoni-Tür und fragte streng, was er so lange getrieben habe. Das machte ihn schon wieder an, wenn sie so zickig war und ihre Goldkette unter der weißen Bluse leicht vibrierte, weil ihr Puls am Hals zu heftig schlug. Doch er musste vernünftig sein, seine Tour war noch nicht zu Ende. Die letzte Kundin, die Fürst Pücklerrolle, wartete schon sehnsüchtig. Er belieferte sie bereits seit Jahren. Sie war eigentlich der Auslöser gewesen, warum alles so gekommen war, warum er seinen anfangs verhassten Job inzwischen zu schätzen wusste, obwohl wenig Kohle dabei heraussprang und er miese Arbeitszeiten hatte. Die Fürst Pücklerrolle war nicht schlank, nicht schön, nicht jung, nicht besonders intelligent und überhaupt kein bisschen reich. Sie lebte in der Neustädter Havelbucht in einem Plattenbau, der neben dem ganzen verschnörkelten Firlefanz in Potsdam mal angenehm normal wirkte. Auf dem Fußboden ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung lagen mehrere Schichten Teppich und das Sofa vor dem riesigen Flatscreen war durchgesessen. Die Fürst Pücklerrolle bestellte süße Teilchen, Eiscreme und Torten, quetschte alles in den hoffnungslos überfüllten Gefrierschrank und drückte anschließend ihr ganzes Körpergewicht gegen die Tür, damit sich das Ding auch wieder verschließen ließ. Diese Frau orderte keine Zanderfilets. Den Gemüseseiten im Frostmann-Katalog hatte sie bislang keinerlei Aufmerksamkeit gewidmet. Wahrscheinlich wusste sie nicht, was um Himmels Willen Safranschaum sein sollte, wer in aller Welt auf die Idee kam, Gamba-Spieße zu essen und warum man in drei Teufelsnamen unbedingt Prosecco-Sorbet probieren musste. Nein, die Fürstpücklerrolle mochte es schlicht und ehrlich und ohne viel Firlefanz. So war es damals schon bei seinem ersten Besuch gewesen, als er das Gebiet rund um Potsdam gerade übernommen hatte. Eigentlich ist das alles viel zu teuer, hatte sie gesagt und recht gehabt. Das Zeug, was ich hier an Essig kriege, auch beim Discounter um der Ecke. Was hatte er entgegnen sollen? Genau so war es. Aber ich bestelle das trotzdem gern und lasse mir die Sachen bringen, weil ich auf die Weise mal Herrenbesuch kriege, verstehen Sie? Da hatte er sie fragend angesehen. Ich habe schon gesehen, Sie haben einen Ehering, aber für mich ist das kein Problem. Für Sie etwa? Nein, für ihn war das auch überhaupt kein Problem gewesen. Im Gegenteil, seit er seinen Job als Prokurist verloren hatte, lief zwischen ihm und Annette so gut wie gar nichts mehr. Was sollte man machen, wenn die Frau auf einmal Hauptverdienerin ist? Da konnte man abends im Bett nicht einfach auf Romantik umpolen? Doch hier, bei der Fürst-Pückler-Rolle, war das anders. Da war er der Frostmann in türkisfarbener Uniform. Da lief das alles deutlich besser. Sogar mehrmals am Tag und sechs Tage die Woche. Da hätte Annette nie mitgemacht, aber er war ein Mann, der es nicht oft genug treiben konnte. Urlaub brauchte er deshalb auch keinen. Zum Abschied küsste er seine Stammkundin auf die Wange und stieg leichtfüßig die fünf Stockwerke hinab. Der Lift war geschrecklich unzuverlässig, aber das machte nichts. Nach der Fürst-Pückler-Rolle hat er schließlich Feierabend. Zu Hause schob er sich eine Salami-Pizza in den Ofen. 18 Minuten bei Umluft. Genug Zeit, sich schon mal an das verflixte Schubfach zu wagen. In der Kommode im Flur fand er Annettes Winterhandschuhe und zog sie sich über, damit er sich gleich bei der Reparatur keine Frostbollen holte. Den Kleinlaster parkte er stets vor dem Carport, in dem Annettes Golf stand. Sie brauchte das Auto nicht mehr, deswegen störte das nicht. Aber jetzt war es praktischer, die Wagen umzusetzen. So erreichte er Werkbank und Sackkarre besser. Als er das Elektrokabel einsteckte, surrte die Kühlung munter drauf los. Er schaute auf die Uhr. Zehn Minuten waren vergangen. Dann blieben noch fünf, um die Ware umzupacken, eine zum Händewaschen, zwei zum Tischdecken. Zuerst leerte er das Schubfach mit den Weihnachtssachen und verteilte die unverkauften Knusperhäuschen aus Zimteis, die Weihnachtsganskeulen und den Lebkuchen-Rotkohl auf die anderen Boxen. Dann wieder die altbekannte Prozedur. Zweimal links ruckeln, dann ziehen. Es klappte ausnahmsweise mal auf Anhieb. Der Fisch fand Platz in seinen privaten Kühlfächern, zumindest fürst Erste. Zanderfilet pur, Zanderfilet unter der Spinattaube, Zanderrollchen. Er musste mehrfach laufen. Dann schloss er das Schubfach und aß erstmal seine Pizza. Dazu schaute er eine Vorabendserie im Privatfernsehen. Etwas, das Annette nicht duldete. Doch Annette war nicht da und konnte nicht meckern. Also kaute er Käse, Salami und pappigen Teig, während in der Daily Soap das populärste Liebespaar von einem im Sterben liegenden Gynäkologen erzählt bekam, dass sie Geschwister seien. Das hatte er sich schon vor einem Jahr gedacht. Eigentlich seitdem er diese Serie guckte. Annette hielt das Programm für reine Zeitverschwendung und meinte, er solle sich doch besser mal nach einem Job umsehen, der sich auszahlte. Außerdem sei es lächerlich, sich die Familiendramen anderer Leute beim Abendessen anzuschauen. Das sei doch alles total künstlich, überall Lug und Betrug. Bis sie vor einem Jahr dahinter gekommen war, weshalb er sich nicht die Bohne für eine neue Stelle interessierte. Da hatte sie sich auf einmal doch für Familiendramen begeistern können. Mit Scheidungsanwalt und Hausverkauf und allem drum und dran. Er schaltete den Fernseher aus, schenkte sich am Bähchen ein, nahm zwei Schlucke und ging zurück an die Arbeit. Jetzt brauchte man nicht mehr so zu ruckeln. Das Schubfach war nur noch halb voll und ließ sich widerstandslos öffnen. Es lag an dem Arm. Der war einfach sperrig. Den hätte er damals besser festgebunden. Andererseits bot er Halt beim Heben. Er griff unter Annettes Schultern, die andere Hand in die Kniekehlen, dann bis drei gezählt und hoch damit. Zum Glück war die leer geräumte Weihnachtsschublade auf derselben Wagenseite, sonst wäre es eng geworden mit der Sackkarre im Carport. Da hätte er vorne lang gehen müssen. Er probierte ein bisschen herum, setzte Annette mit dem Rücken links, legte sie hin. Doch letzten Endes entschied er sich wieder für die Position, die sie im letzten Jahr eingenommen hatte. Dann würde die Lade eben wieder klemmen. Egal, sobald würde niemand auf die Idee kommen, adventliche Fertiggerichte zu kaufen. Nun den Weihnachtskram wieder drauf, dass man nichts sah. Dann den Zander in das geleerte Schubfach, das jetzt in seinen Schienen lief wie frisch geölt. Er hätte sich gar nicht so aufregen müssen. Und nach der Zandersaison in Potsdam würde er so früh wie möglich den Kram wieder umräumen. Am besten, sobald es Weihnachtsplätzchen im Discounter gab, also Anfang September. Zufrieden parkte er die Wagen in gewohnter Reihenfolge, knipste das Licht im Carport aus, steckte die Handschuhe in die Kommode, zog die Frostmann-Uniform aus und die Hauspantoffeln an. Endlich Feierabend! Obwohl, er freute sie schon auf morgen. Auf Cordenblö in der Jägervorstadt und Lasagne in Treptow. Vielleicht war auch Toasterwey in der nördlichen Innenstadt endlich aus dem Urlaub zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017